Wir sind der kleinste der 25 Sektoren in unserem Quadranten, aber dennoch waren wir die einzigen, die zivilisiert genug waren, ein intergalaktisches Projekt zustande zu bringen, welches Frieden und Nachhaltigkeit als Grundrecht verteidigt. Durch die Zusammenführung sämtlichen Wissens sind wir in den Todsmöln das Zentrum unseres ganzen Quadranten geworden. Mit Mut und Toleranz erschufen wir ein Wohlwerk für Freiheit und Respekt. Anfangs gab es noch ein paar Leitgesellschaften, die dann aber sehr weit erkannten, dass durch diese Ordnung auch andere Gebiete sicherer wurden oder sich sogar ganze Iberien von ihren destruktiven Verhalten entfernten. S O S S O S S S Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.